Hallo ihr Lieben, heute sind wir wieder live, Montag, 20 Uhr, wie soll es anders sein? Und zwar mit dem Thema Einwände des Kunden. Einwände richtig verstehen, mit Einwänden richtig umgehen und vor allen Dingen die Einwände, die der Kunde bringt, richtig einordnen. Wir neigen dazu, dass wir die Einwände vom Kunden nicht richtig interpretieren. Und da möchte ich mit euch gemeinsam heute drauf schauen. Ich freue mich, dass heute wieder so viele dabei sind. Jetzt kommen die einen nach dem anderen reingeflogen sozusagen. Gebt mal gerne ein Herzchen zur Begrüßung, schreibt rein, von wo aus ihr zuschaut, ob wir heute wieder international vertreten sind. Und dann starte ich gleich mit unserem Thema. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Also, wo kommt ihr her? Gebt mal einmal kurz ein Hallo in den Chat. Und ihr könnt natürlich heute auch wieder Fragen stellen. Und wenn ihr zu dem Thema schon Erfahrung gesammelt habt, natürlich auch eure Erfahrungen mit reinbringen. Okay, was bedeutet das, wenn wir Einwände des Kunden bekommen? Im Grunde brauchen wir nur eins, die Fähigkeit, in den Kopf des Kunden hineinzuschauen. Wäre doch toll, oder? Wie wäre es für euch, wenn ihr in den Kopf des Kunden hineinschauen könntet? Schaffen wir, schaffen wir. Also, was habe ich vorbereitet? Es gibt einerseits bei der Einwandbehandlung, dem Blick in den Kopf des Kunden, gibt es drei Bereiche, die du beachten solltest. Der erste Bereich ist, warum sagt der Kunde das? Warum reagiert der Kunde so, wie er reagiert? Das ist eine Frage, die mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Ich bin seit über 19 Jahren im Direktvertrieb unterwegs und seitdem stelle ich mir diese Frage. Weil der eine reagiert so, der andere reagiert so. Es hat was natürlich auch mit Lebenserfahrung zu tun, es hat aber auch was mit der eigenen persönlichen Prägung zu tun. Und wenn wir uns immer wieder vor Augen halten, dass jeder seine unterschiedliche Erfahrung gesammelt hat und natürlich auch unterschiedlich geprägt wurde, durch die Kindheit, durch das Elternhaus, durch Ansichten. Es ist sogar ein Unterschied, ob du im Norden oder im Süden von Deutschland unterwegs bist oder ob du in Österreich oder Schweiz unterwegs bist. Und wenn ich jetzt noch weitergehe, wenn wir international uns das Ganze betrachten und mal weit über die europäische Grenze hinausgehen, auch da gibt es Unterschiede und Ansichten zu den einzelnen Themen. Und wenn du jetzt ein Thema hast, wo der Kunde gerne mal Nein sagt und du stößt immer wieder, immer wieder am gleichen Punkt gegen eine sogenannte Ablehnung. In dem Moment stell dir bitte die Frage, wie kannst du dich beim nächsten Mal besser vorbereiten? In dem du selber sagst, okay, wenn der Einwand öfter kommt, muss das ja daran liegen, dass ich vielleicht nicht umfänglich genug das Ganze erklärt habe. Als Beispiel. Kann daran liegen. Es kann aber auch daran liegen, dass du eine Zielgruppe für dich ausgewählt hast, die einfach schwierig ist. So, und wenn diese Zielgruppe, die ein bisschen schwieriger ist, immer so reagiert, dann kannst du eine sogenannte Einwandvorwegnahme machen. Und diese Einwandvorwegnahme, die üben wir am Mittwoch um 17 Uhr in meinem Gruppencoaching. Ich freue mich schon darauf. Dann könnt ihr im Vorfeld euch Gedanken machen, okay, welche Einwände bekomme ich regelmäßig, wie kann ich klug darauf reagieren? Und ihr könnt euch Gedanken machen, warum ist es denn so, dass der Kunde Einwände bringt? Das heißt, ihr bereitet euch vor und nach dem Einwand reflektiert ihr euch und schaut, was ist da passiert? Was kann ich beim nächsten Mal denn anders oder besser machen? Das schauen wir uns gemeinsam an. Und wenn wir uns das jetzt nochmal vor Augen halten, der Kunde sagt nein, dann stellen wir uns grundsätzlich die Frage, warum reagiert der Kunde so? Hast du dir diese Frage schon öfter gestellt? Mit Sicherheit, oder? Ja. Weil die, die zu mir kommen und sagen, Jessica, was kann ich tun? Ich habe einerseits die Einwände und komme da nicht so gut mit klar, weil es geht ja nun mal immerhin um Ablehnung. Und Ablehnung hat keiner gerne. Und auf der anderen Seite, ich bekomme ständig ein Einwand. Warum ist das so? Warum reagiert der Kunde so? Was kann ich besser machen? Und dann gebe ich eins immer mit auf den Weg. Bereite dich vor. Du musst wissen, wer dein Zielkunde ist. Du musst wissen, was die Kunden für einen Bedarf haben. Du musst wissen, wie du den Bedarf auch wecken kannst. Und du musst wissen, wie du die Bereitschaft des Kunden für dich gewinnen kannst, dass er sagt, okay, auch wenn ich es jetzt nicht sofort kaufe, ich probiere, ich probiere es zumindest aus. Und das brauchst du für dich. Weil wenn du das nicht hast, dann bist du nicht gut vorbereitet. Du hast zwei, drei Mal versucht. Und man muss schon sehr, sehr selbstbewusst sein, dass man immer wieder gegen die gleiche Wand rennt. Und ich sage jetzt bewusst gegen die Wand rennt, weil die Wand, die müsste nicht sein. Du könntest eine ganz andere Richtung einschlagen. Und wie wäre das für dich, wenn du auf einmal die Lösung hättest und wüsstest, die Kunden, die so reagieren, reagieren aus einem bestimmten Grund. Und wenn du den Grund kennst, kannst du ja ganz anders an die Sache rangehen, oder? Du kannst dich im Vorfeld erklären, als Beispiel. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Schreib dir das gerne auf. Geh an den Kunden so ran, dass du eine begründete Frage stellst. Nicht mit der Tür ins Haus fallen. Nicht dem Kunden aus dem Nichts heraus ein Angebot machen, ich habe das richtige Produkt für dich. Der Kunde ist überrollt. Der hat sich ja die ganzen Wochen und Tage und Monate womöglich nicht mit dem Thema beschäftigt. Der ist wahrscheinlich gar nicht so affin, was deine Produktgruppe betrifft. Wenn du jetzt im Bereich Gesundheit unterwegs bist, dann hat der Kunde sich vielleicht nie dafür interessiert, seine Gesundheit auf Basis von Mikronährstoffen zu verbessern. Er hat sich vielleicht noch nicht dafür interessiert, seine Gesundheit aufgrund von besserem Wasser, hatte ich heute übrigens ein Coaching, war super interessant, von besserem Wasser zu verbessern. Ja, wir trinken Wasser aus dem Supermarkt und denken, das wäre super. Ja, Supermarkt super. Ist jetzt, ja, das war jetzt Zufall. Okay, also, was kann der Kunde in dem Moment, wo er Nein sagt, für Informationen bekommen? Vorher schon. Damit er darüber nachdenkt, damit du ihm Zeit gibst, ja eine Entscheidung zu treffen. Und vor allen Dingen eine Entscheidung, bei der der Kunde keine Angst hat. Und deswegen schauen wir uns auch gemeinsam an, am Mittwoch um 17 Uhr, warum der Kunde was sagt und auf der anderen Seite, was er denn damit sagen will. Weil ein Nein heißt ja nicht unbedingt ein Nein. Nein heißt schon Nein, aber die Bedeutung von Nein ist unterschiedlich. Das kann genauso gut ein Vielleicht sein. Oder später. Habe ich jetzt den Kopf nicht für. Ich möchte nochmal drüber nachdenken. Oder lass mich damit in Ruhe. Ich will absolut nicht. Ich möchte das Thema nicht. Dann ist ein absolutes Nein. Und bis der Kunde nicht absolut Nein sagt, ist es für mich ein Vielleicht. Und das solltest du dir immer wieder vor Augen halten. Weil wenn du vielleicht denkst, dann verhältst du dich auch genau dementsprechend. Wenn du Nein denkst, dann bist du erstmal geschockt. Und dann reagierst du vielleicht, ja dann nicht. Halte das unbedingt im Hinterkopf. Der Kunde sagt nicht grundsätzlich Nein. Der Kunde sagt Nein aus Unsicherheit. Der Kunde sagt Nein aus Unwissenheit. Der Kunde sagt Nein aus persönlichen Belangen. Der Kunde sagt vielleicht auch Nein, weil er überfordert ist. Vielleicht hast du ihn überrannt. Vielleicht hast du dem Kunden auch, und das ist wirklich tödlich, ja, ganz viele Insider-Fachbegriffe an den Kopf geworfen. Ja, wenn ich jetzt von einem Kunden höre, du bekommst eine patentierte, nachgewiesene Gesundheitsformel XY und hast damit, ja, das und das erreicht, was der Kunde vielleicht noch nie gehört hat. Das funktioniert nicht. Rede in der gleichen Sprache des Kunden. Versuche, dem Kunden gegenüber zu treten, auf Augenhöhe eine Basis zu finden. Und manche Kunden sind sehr locker. Ja, ich bin groß geworden im Ruhrgebiet. Und im Ruhrgebiet redet man manchmal sehr direkt und locker. Und wenn dann jemand kommt, der mir tausend Fachbegriffe an die Ohren haut, mit einem Thema, wo ich mich noch nie mit beschäftigt habe, ein Thema, was mich vielleicht bis heute noch gar nicht interessiert hat, ja, dann sage ich doch gleich, nee, pff, ich bin jetzt überfordert, ich habe jetzt kein Interesse. Ja, und dann ist das ein ganz schnelles Nein. Kein Interesse. Keine Zeit. Also, worüber reden wir hier? Keine Zeit ist doch relativ. Der Kunde, der wirklich interessiert ist, der nimmt sich die Zeit. Ein Vertriebspartner, der wirklich interessiert ist, sein Geschäft aufzubauen, der nimmt sich die Zeit. Schaut mal, ich habe meinen Direktvertrieb, das erste Business, was ich da aufgebaut habe, bin ich gestartet, da habe ich Fulltime gearbeitet, 40 Stunden. Ich bin eine Stunde zur Arbeit hingefahren. Eine Stunde wieder zurückgefahren. Das heißt, ich war am Tag elf Stunden unterwegs. So, ich musste um 8 Uhr anfangen, hatte um 17 Uhr Feierabend, dann habe ich in der Mittagspause Termine gemacht, habe telefoniert mit Kunden und so weiter. Ich habe abends noch ein, zwei Termine auf dem Nachhauseweg gemacht. Ich habe am Wochenende terminiert und ich habe für mich es geschafft, 37 aktive Personen in der ersten Linie zu haben, nach einem Dreivierteljahr. nebenberuflich, Fulltime-Job. Weil ich es wollte. Weil ich wollte es mir beweisen, ich wollte es anderen beweisen, ich wollte Geld verdienen und hinterher wollte ich den Spaß, die Anerkennung und alles, was dazugehört, was der Direktvertrieb, Network Marketing so tolles bietet. Und deswegen hat der Kunde, wenn du den erreicht hast, wenn du wirklich seine Sprache gesprochen hast und den Nutzen richtig gut verkauft hast, dann sagt der Kunde nicht Nein. Und wenn er Nein sagt, dann ist deine Aufgabe, das Ganze zu hinterfragen, weil du ja neugierig bist, oder? Bist doch neugierig, oder? Gib mir mal ein Ja unter Kommentare, wenn du wirklich neugierig bist. Bist du neugierig, was der Kunde denkt? Möchtest du in den Kopf des Kunden hineinschauen? Jetzt muss ich mal gucken, da steht es. Möchtest du da reinschauen? Ja? Wenn du das wirklich willst, dann machst du dir Gedanken, was du für einen Kunde vor dir hast und du lässt den Kunden nicht gehen, bevor du nicht wirklich weißt, was der Kunde denkt. Bevor du nicht weißt, warum der Kunde Nein gesagt hat, auf seine tausenden verschiedenen Arten und Weisen. Es gibt ja drei Gruppen, ja? Es gibt einmal kein Interesse, dann gibt es keine Zeit und es gibt kein Geld. So, und alle Neins der Welt gruppieren sich unter diesen drei Nein-Typen. So, und wenn du es einmal raus hast, wie du auf keine Zeit reagierst, das machen wir am Mittwoch um 17 Uhr, wenn du einmal raus hast, wie du auf ich habe kein Interesse reagierst, auch das machen wir Mittwoch um 17 Uhr, und wenn du raus hast, wenn der Kunde sagt, ich habe kein Geld, das ist mir zu teuer, dann machen wir Mittwoch um 17 Uhr, bist du viel, viel besser gewappnet und kannst auch die Einwände entkräften. Und es geht ja darum, Einwände zu entkräften. Und nicht jeder Einwand ist ein Einwand. Das ist ein bisschen verwirrend, oder? Ja. Im Grunde, nein. Das ist nicht verwirrend. Weil es gibt einmal den Einwand und einmal den Vorwand. Und der Vorwand, das ist der, der Übeltäter, der einfach so vorgeschoben wird. Wenn du, zum Beispiel, in der, ja, ich stelle dir eine Frage, ich bin jetzt Beraterin, du bist mein Kunde, oder sollst Kunde werden, und dann sagst du, naja, da muss ich erst mal gucken. Ja, was denn gucken? Da muss ich erst mal meinen Mann fragen. Ja, wieso meinen Mann fragen? Vielleicht ist es wirklich berechtigt, aber es kann auch ein Vorwand sein. Und wenn du den Kunden dann fragst, was dahinter steht, und da gibt es Fragetechnik, und das machen wir auch am Mittwoch, mit dieser Fragetechnik, und der Kunde sagt spontan, das und das und das, dann weißt du ganz genau an seiner Körperhaltung, an seinem Ausdruck, an seiner Mimik, an seiner Gestik, weißt du ganz genau, dass es wirklich ein Einwand war. Wenn er zögert, und erst mal überlegen muss, und dann vielleicht so, naja, so nach oben guckt, und dann so nach rechts oben auch noch, ja, das hat ja alles so eine Bedeutung, NLP, kennt ihr bestimmt, dann solltest du noch mal ran. Weil dann kannst du dem Kunden sagen, okay, was gibt es außerdem noch, was sich davon abhält? Das ist übrigens ein total geiler Satz. Also, die Frage des Jahrhunderts, nennen sie wie du möchtest, was gibt es außerdem noch, was sich davon abhält? Jetzt kommen hier schon Fragen, du machst mich neugierig, ja, das will ich auch können, boah, ich freue mich auf Mittwoch, ja, ich freue mich auch, ich freue mich auch. Vor allen Dingen haben wir Mittwoch ein offenes Coaching. Habt ihr schon gelesen? Wir haben erst mal das Thema Einwandbehandlung, dann werden wir viele praktische Übungen auch machen. Ich werde euch da Beispiele bringen, ihr gebt mir natürlich auch Beispiele aus eurer Praxis und dann werden wir die Einwände entkräften. Ihr könnt euch ganz viel mitschreiben und ihr könnt euch natürlich auch die Aufzeichnungen hinterher ansehen, die schicke ich euch ja zu, wenn ihr in den Chat schreibt, dass ihr die Aufzeichnung gerne haben möchtet, ja, für diejenigen, die noch nicht dabei waren, also das könnt ihr, jetzt ist dann was nachzuarbeiten, weil die Aufzeichnung, die bleibt dann so ein, zwei Wochen in der Cloud und die könnt ihr euch dann immer wieder anschauen. Das ist auch einzigartig übrigens, ja, dass ich das rausgebe. Das mache ich. Ich habe übrigens letzten Mittwoch, könnt ihr euch nicht vorstellen, 95 WhatsApp geschrieben. Ich habe gesagt, Wahnsinn, ich wollte mal langsam gucken, dass ich mir da jemanden, ja, einstelle, eine, weiß ich nicht, eine Teilzeitkraft oder sowas, die für mich WhatsApp-Nachrichten schreibt. Aber ich mache das gerne. Ich mache das gerne, weil das ist ja für euch, um dann die Aufzeichnung nochmal anzuschauen. Ihr bekommt dann auch ein PDF, das, was ich immer hinter mir zeige. Und, ja, 95, das war der Hammer. Ja, ich habe ja einige bei mir im VIP, die haben die Aufzeichnung sowieso immer, ja, die bekommen auch von ihrem VIP immer eine Aufzeichnung und dann auch die Mittwoch 17 Uhr Coachings, bekommen sie auch eine Aufzeichnung und jeder, der mich anschreibt und sagt, ich möchte auch die Aufzeichnung, der also in den Chat schreibt im Zoom, dem gebe ich dann auch sehr, sehr gerne die Aufzeichnung. Ja, also, ihr könnt mitschreiben, wenn ihr nicht schnell genug schreiben könnt, weil manchmal sind die Sätze sehr, sehr schnell und spontan bei mir, dann hört euch unbedingt die Aufzeichnung nochmal an, arbeitet das Ganze nach, auf euer Produkt bezogen, schreibt mit. Wir haben ja viele aus dem Bereich Gesundheit dabei. Wenn du auch im Bereich Gesundheit unterwegs bist, dann hast du so viel Input. Wenn du aus dem Bereich, ja, was haben wir noch so schönes, Schmuck unterwegs bist, dann hast du ganz viele Beispiele. wenn du aus dem Bereich, was haben wir noch schönes, also wir haben Kosmetik unterwegs bist, ja, da haben wir auch ganz viele Beispiele. Also, komm am Mittwoch dazu und stell deine Frage nicht nur bei der Einwandbehandlung bei dem Thema, sondern auch hinterher in einem offenen Coaching. Das heißt, du setzt dich am besten heute Abend noch hin, schreibst dir deine Fragen auf, was dich momentan davon abhält, richtig erfolgreich zu werden und dann kommst du am Mittwoch dazu und so ungefähr ab, ja, ich sag mal so 17.45 Uhr, 18 Uhr, je nachdem, wie lange wir mit den Beispielen in der Einwandbehandlung brauchen, haben wir dann das offene Coaching und dann werde ich alle Fragen beantworten und auch sofort coachen. Ihr wisst ja, Fragen beantworten ist aus meinem Erfahrungsschatz heraus, meine Trainertätigkeit, also ich darf auch auf jede Frage eine Antwort haben. Das Recht nehme ich mir raus, weil das ist mein, ja, mein Bestreben, euch alles zu beantworten und wenn ich mal was nicht weiß, ja gut, dann frage ich nach, aber das kommt selten vor, weil ich so viele Möglichkeiten in der Vergangenheit schon erlebt habe, Situationen erlebt habe, selber Neins kassiert habe, also ich bin ja der Meinung, es gibt, wenn du die richtigen Techniken an der Hand hast, dann bekommst du nie wieder ein Nein. Das ist auch mein Versprechen an euch, ja. Ja, und dann habt ihr natürlich, wenn ihr alle Fragen beantwortet bekommt, ein Coaching. So, das ist nicht nur, mach so, 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 sondern ich bringe euch auf den Weg, damit ihr eure Denkprozesse verändert. Und der Denkprozess bei einem Einwand, der darf keine Blockade sein, jetzt wurde ich abgelehnt, sondern der darf eine Möglichkeit sein, eine Chance für dich, den Kunden zu überzeugen. Und das ist spannend. Ich sag's euch, Leute, es ist wirklich spannend und ihr habt irgendwann richtig Spaß an Einwänden. Ich kann's euch ja nur ans Herz legen. Gibt nicht auf. Das ist so facettenreich, das ganze Thema. Das ist mega. Ist wirklich mega. So, und dann gibt's natürlich noch den dritten Schritt. Wie sagt denn der Kunde Nein? Sagt er, Nein. Geh mir weg damit. Oder er sagt, naja, ich hab kein Geld. Das ist mir, nee, kein Geld sagt er ja meistens nicht. Er sagt, das ist mir zu teuer. In der Körperhaltung weißt du schon sofort, okay, der möchte eine Lösung haben. Der möchte aufgefangen werden. Der möchte gerne hören, dass auch er es sich leisten kann. Und vielleicht liegt es auch daran, dass er seinen Selbstwert nicht so hoch hat und sich nicht traut oder sich selber nicht erlaubt, in sich zu investieren. Das ist bei Produkten so. Das ist als Teampartner so, wenn er Zeit in sich investiert. Es ist bei Produkten, wenn er Geld ausgibt und in sich investiert. Das ist bei Coachings, bei der Persönlichkeitsentwicklung. Es geht mehr genauso wie euch auch. Ich bekomme auch ganz viele Neins, aber ich bekomme auch viele Ja's. Und deswegen brauchen wir ein Selbstbewusstsein als erstes und eine Technik, um richtig zu reagieren und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, ich habe jetzt gerade das Bild von einem Strauß im Kopf, der den Kopf in den Sand steckt. Also dieses Bild möchte ich von euch nie mehr sehen, dass ihr dieses lebt. Ja, wir finden Möglichkeiten. Und dann, ihr kennt es ja, der Adler, der fliegt nach oben und der hat Möglichkeiten. Der nimmt eine andere Perspektive ein, der schaut sich den Kunden von oben nochmal an und sagt, aha, guck mal da. Die Reaktion, ich höre dir trapsen. Kennt ihr den Begriff? Das sagt man in der Gegend, wo ich groß geworden bin. Ja, ich höre dir trapsen. Ja. Ihr könnt viel aus dem Kunden lesen. Das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Einen Satz noch zum Abschluss. Ich lese mal eben von meinem iPad ab, dann ist es ein bisschen einfacher. Er steht hier unten. Sender und Empfänger sollen die gleiche Sprache sprechen. Ja, wenn du etwas sagst, dann darfst du auch, wenn der Kunde reagiert, hinterfragen, damit ihr wieder auf ein Level kommt. Und dann habt ihr erst eine erfolgreiche Kommunikation. Das stimmt auch. Ja, also. Wollt ihr eine erfolgreiche Kommunikation? Ich höre euch schreien, obwohl ich keinen Ton habe von euch. Aber ich höre es zumindest innerlich. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt das gerne in den Chat. Ich gucke jetzt nochmal in den Chat. So, schön, dass du uns an deinen Erfahrungen teilnehmen lässt. Ich bin so mega dankbar, dass ich auf dich gestoßen bin. Ja, danke schön, Annette. Das ist echt toll. Dann Nachtigall, ich höre die Trapsen. Ja, ja, genau. Nachtigall, ich höre die Trapsen. Genau. Das ist der Spruch. Sehr, sehr gut. Ja, das ist aber die Nachtigall, die du Trapsen hörst. Ja, genau. Nicht der Adler. Nein, der Adler fliegt ja auch im Por. Ja? Und der Vogel Strauß, der steckt den Kopf in den Sand. Und das wollen wir nicht. Weil dann sieht er nichts. Der will ja die Umgebung wahrnehmen. Und du lernst am Mittwoch, wie du den Menschen liest, was du an deren Körpersprache, an deren Worte, an der Tonlage Wunderbares erkennen kannst. Und ich glaube, dass du, wenn du dich darauf konzentrierst und mit diesem Wissen am Mittwoch wieder rausgehst, viel, viel besser und stabiler und selbstbewusster in die Einwandbehandlung gehst. Und das ist mein Ziel. Ich möchte, dass du inspiriert bist und ich möchte, dass du selbstbewusst an die Sache rangehst und dir sagst, was soll schon großartig passieren? Ich lerne einen neuen Menschen kennen und der zeigt mir, wie ich bei der nächsten Situation noch besser reagieren kann. Es passiert nichts. Neins zu kassieren ist nicht schlimm. Vorher sich zu informieren und dann zu wissen, dass ich gar kein Nein bekommen kann, weil das ein Prozess ist, der sich immer wieder sukzessive aufbaut. Das ist dann nur noch das i-Tüpfelchen und das machen wir, wie gesagt, am Mittwoch. So, jetzt mache ich keine Werbung mehr für Mittwoch, weil das wisst ihr jetzt mittlerweile. Ja, hier ist nochmal jessikabielstein.de schrägstrich live minus event. Ich werde euch aber auch nochmal das unter dem Chat schreiben. Also die Aufzeichnung bleibt ja gespeichert und dann könnt ihr euch nochmal alles anschauen. Die ganzen Kommentare, die hier live gerade gekommen sind, die werden leider nicht gespeichert. Ich weiß auch nicht, warum Instagram das immer wieder löscht. Ich würde mir wünschen, also bitte an Instagram, löscht diese Kommentare nicht, weil sie sind genauso wertvoll wie die Fragen, die im Nachhinein darunter gepostet werden. Okay, was habe ich denn noch als Inspiration? Manchmal ist es so, dass der Kunde interessiert ist, aber zeitversetzt, später interessiert ist. auch das wirst du in Zukunft nicht übersehen. Ich freue mich drauf, wenn du mit dabei bist. Lasst uns am Mittwoch darüber sprechen und anschließend dein Thema, was du mitbringst, ist egal, was für ein Thema das ist, coachen. Ich gebe euch als Trainer meine Erfahrungswerte weiter und wir coachen dann dein Thema. Ich freue mich drauf. Macht's gut, ihr Lieben. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Genießt es. Es ist ja jetzt immer so früh dunkel und die Ersten fangen schon an, ihre Dekoration rauszuholen und das vorweihnachtlich zu schmücken. Bist du auch schon soweit? Hast du auch schon angefangen zu schmücken? Also, ich fahre morgen nach Frankfurt, bin dann die ganze Woche in Frankfurt und komme am Sonntag zurück und ich habe das Vergnügen. Wahrscheinlich ist das so. Also, dann ist schon geschmückt bei mir zu Hause. Also, ich habe da ganz entspannt. Ich lasse mich immer überraschen. Ich habe nicht so ein feines Händchen für die Dekoration, aber es wird hier wunderbar immer geschmückt. Also, ich freue mich schon drauf, wenn dann die Lichter leuchten und das abends auch viel, viel gemütlicher ist. In dem Sinne, Mittwoch aus Frankfurt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.